Das sieht urig aus hier an der Patakombe. Die sind ganz lustig, die sitzen hier und wissen, vielleicht wird das Kleingeld insat. Was ich hier schön finde, ist die Musik. Das sollten Sie sich mal einfangen lassen bei uns in Deutschland. Danke, merci. Jetzt habe ich die Karte vergessen, das war es ja nicht von dem. Ich habe mir auch dreckig was gewonnen, ich trinke, aber ich habe ihm was gegeben. Ich bin schon vorher abgelaufen, damit ich das wieder finde. Ich bin jetzt nicht sicher, die haben keine Nummerierung hier. Da muss man natürlich aufpassen, wenn ich nach einer halben Stunde suche, dann bleibe ich oben stehen und Schlange hinter mir. Das reinste Chaos ist zwar noch nie passiert, aber vorstellen kann ich es mir schon. Das hier ist neu, aber wenn man rausfährt oder wenn man reinfährt, richtig nie Dreck. Man muss auch vorher eine Prüfung machen, ob der Wagen nicht zu hoch ist. Das ist ein Stab und wenn du da durchpasst, darfst du durch. Wenn ich dann, naja, entweder rückwärts oder stecken bleiben. So, da bin ich jetzt.